Jetzt ist es endlich offiziell. Fans dürfen sich schon bald auf das In Aller Freundschaft, die jungen Ärzte-Comeback von Serienliebling Laila freuen. Das gab Schauspielerin Sanam Afreshte höchstpersönlich bekannt. Jetzt haben Fans endlich Gewissheit. Lange war nicht klar, wann und ob Serienliebling Dr. Laila Scherbers zu In Aller Freundschaft, die jungen Ärzte zurückkehren wird. Schauspielerin Sanam Afreshte gönnte sich nach der letzten Folge mit Laila, die im Juni 2022 ausgestrahlt wurde, eine Auszeit, bis jetzt. Auf Instagram überbrachte sie den Anhängern der ARD-Ärzte-Serie nun die freudigen Neuigkeiten, sie ist zurück am Set. In Aller Freundschaft, die jungen Ärzte, wann wird Laila genau zurückkommen? Noch länger hätten in Aller Freundschaft, die jungen Ärzte-Fans wohl auch nicht mehr warten können. Erst kürzlich wünschten sich die Anhänger der ARD-Serie das Comeback von Laila oder ein anderes Happy End für ihren Seriengatten Ben. Doch nun hat das Warten wohl ein Ende. Auf Instagram verkündete Laila-Darstellerin Sanam Afreshte nun höchstpersönlich ihre Rückkehr ans Set. Wann genau es soweit sein wird und Dr. Laila Scherbers wieder über die Bildschirme flimmern wird, ist noch nicht bekannt. Dennoch verriet die Schauspielerin bereits, dass es sich um Episode 370, die den Titel durchstatten tragen wird, handelt. Nach der Sommerpause geht es am 7. September erst einmal mit Episode 346 bei In Aller Freundschaft, die jungen Ärzte weiter. Hochgerechnet müssen sich Fans also noch bis ca. Mitte, Ende Februar 2024 auf die Comeback-Folge von Laila gedulden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017